Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel die ersten Hochkulturen und ihre Merkmale beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise wo du den Text bzw. das Kritum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspielen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die ersten Hochkulturen. Um 3000 v. Chr. also auf etwa 5000 Jahren begann in Ägypten und in Mesopotamien die Phase des Altertums. An den Flüssen Euphrat, Tigris im heutigen Irak und dem Nil in Ägypten entstanden um 3000 v. Chr. besonders große Siedlungen und Städte und damit auch die ersten Hochkulturen. Das Gebiet an den Flüssen Euphrat und Tigris im heutigen Irak wurde als Mesopotamien bzw. Zweistromland bezeichnet. Das Vorhandensein großer Flüsse und die damit verbundene Möglichkeit Felder bewässern, deren Ertrag steigern und so mehr Menschen ernähren zu können, erleichterte das Entstehen der ersten Hochkulturen. Auf der hier dargestellten Karte kann man die geografische Verteilung der ersten Hochkulturen und deren ungefährer Dauer entnehmen. Die Stoikerinnen und Stoiker sind sich nicht immer einig, ab welcher Zeit man eine Kultur als Hochkultur bezeichnen kann bzw. welche Merkmale Gesellschaften haben müssen, damit sie als eine Hochkultur gelten können. So meinen die einen in Ägypten gäbe es bereits ab 4000 v. Chr. eine Hochkultur, da damals erste größere Siedlungen im Süden Ägyptens entstanden. Andere Forscherinnen und Forscher setzen den Anfang in der Zeit um 3000 v. Chr. als erstmals ein einheitliches Reich in Ägypten unter Pharo, also König Menes, entstand. Merkmale von Hochkulturen Aufgrund der Arbeitsteilung und Spezialisierung konnten einzelne Menschen auf verschiedenen Gebieten wie unter anderem der Wissenschaft, Forschung und der Errichtung großer Bauwerke derartig bemerkenswerte Leistungen erbringen, dass man von Hochkulturen spricht. Im Laufe der Zeit entstanden neben Mesopotamien und Ägypten auch in anderen Regionen wie z.B. in China, in Indien, Griechenland und Südamerika Hochkulturen. Diese fortgeschrittenen Zivilisationen unterschieden sich von anderen der damit unter anderem durch folgende Merkmale. Verwendung von Schrift für unter anderem Verwaltung und Handel, z.B. die Keilschrift der Sumerer Mesopotamien im heutigen Irak und die Hieroglyphen der Ägypter. Gesetze werden gesammelt und aufgeschrieben, z.B. die Gesetzesammlung des babylonischen Königs Hammurabi in Mesopotamien. Diese wird auch Kodex Hammurabi genannt. Städte als Mittelpunkt von Herrschaft, z.B. die sumerischen Städte Ur und Uruk in Mesopotamien. Landwirtschaft mit künstlichen Bewässerungsanlagen, z.B. die Verteilung von Nilwasser auf die Felder der Ägypter. Verwaltung von Vorräten, z.B. mit Hilfe der Schrift und der Errichtung von Lagerhäusern, wie bei der ersten europäischen Hochkultur auf der heutigen griechischen Insel Kreta. Kunst, Kultur und Religion, z.B. die Religion der Ägypter. Verwendung eines Kalenders, z.B. die Kalender der Babylonier, Mesopotamien und jene der Ägypter. Arbeitsteilung durch Spezialisierung auf bestimmte Aufgaben. Es entstehen so, und es wird dadurch möglich, dass verschiedene Berufe entstehen. Entwicklung von Wissenschaften und Erfindungen, z.B. die Erfindung des Rats und der Töpferscheibe in Mesopotamien. Errichtung von großen Bauwerken, z.B. die Pyramiden der Ägypter oder die Palastanlagen von Knossos auf Kreta. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema von der Arbeitsteilung zur Gesellschaftspyramide. Im nächsten Video geht es dann um das Thema von der Arbeitsteilung zur Gesellschaftspyramide.